Ey Leute, schaut mal wie krass, ich hab einfach grad ne Audio bekommen vom Synchronsprecher vom Vater aus Elvin und die Chipmunks. Lieber Till, hier ist der Synchronsprecher von Dave aus Elvin und die Chipmunks. Ich wollte dir nur sagen, hör auf mich die ganze Zeit anzurufen, das nervt. Du mal mit deinem, oh hallo, hier ist Toastpilot, ich bin TikToker. Lass das Toastpilot, lass das Toastpilot! Oh mein Gott, Leute, ihr könnt einfach mit eurem Playstation-Controller eure Stimme verändern. Ihr müsst einfach nur auf einen der Knöpfe drücken und dann hört ihr euch ganz anders an, zum Beispiel hier. Hey, ich bin Phil Dunphy. Oder hier. Mein Name ist Hopper, Jim Hopper. Und mit diesem Knopf hört ihr euch einfach so an wie Erwin aus Attack on Titan. Ich bin Erwin Smith und wir müssen die Titanen schlagen. Aber der Beste ist der hier. Bill? Was machst du da mit meiner Stimme? Hey, gar nix!